hallo heute erzählen wir was über unsere neue glas nagelfeile und zwar ist die total handlich und klein und die ist jetzt nicht zum feilen so könnte zwar auch machen da könnt ihr richtig schön den nagel vorne versiegeln dann ist es so total weich und glatt aber eigentlich ist es für den glanz also wenn man da jetzt ein paar mal drüber geht sieht man das schön dann glänzt der nagel und man kann das auch je länger man sich da spielt desto schöner ist es ich habe auch festgestellt dass total cool ist wenn man da über die haut seitlich drüber geht die meisten sehr so nicht so schön weil die wird dann also schön glatt und seitig und es schaut einfach total gut und gepflegt aus fühlt sich gut an und nagellack braucht man auch kein mehr sagt dann handcreme und fertig und am besten in die handtasche und wenn einem langweilig ist immer polieren